Hallo und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von FNFUV. Und wir gehen jetzt hier das Stück hier noch, wo aber anscheinend hier Wasser kommt. Und noch ein Puma. Come on, jetzt. Der kommt zurück. Der ist nicht. Ganz ehrlich, ich benutze einen Schlafsack. Ganz ehrlich, ich benutze einen Schlafsack. Hm. Der ist ja, ich kann ihn nicht benutzen. Na, Pech. Der darf einfach durch. Ah, toll. Nicht zu trinken, ne? Ja. Kann ich die wieder aufgeben? Hier komme ich zurück. Ich bin schon zurück. Ich bin schon zurück. Gut. Ich denke wahrscheinlich gibt's noch. Na, geht's okay. Doch, ich bin schon mal so weit, dass ich jetzt sehe, dass hier ein Pässe schlafen ist. Jetzt liegt's auf dem Boden. Ich hoffe noch dazu an anderen Dingen. Hä? Nee. Eine Sprengbase. Ich weiß nicht. Was können wir hier entkommen? Das ist ein Wasser. Ich kann sonst außen rum. Ein Gewehr war hier. Ich weiß nicht, was raus hier. Die Puma müssen alle tot sein. Mal hier lang. Mal hier lang. Okay, das ist nicht die Ecke, die ich lang wollte. Cool. Das ist nicht die Ecke, die ich lang wollte. Das ist nicht die Ecke. Shit. Kann ich auch nicht lang, ne? Kann sich hier nochmal malen. Oh, die kommen hier nochmal raus, sonst kann's irgendwo rum. Lauf, kleiner Mann, lauf, lauf, lauf. Laufen jetzt zurück. Trinken kurz zwei, drei Kokosnüsse. Die haben sie ja dann eigentlich schon wieder. Okay. Probieren wir den Raum mal gucken. Mit dem jetzt. Hi, hier ist sie halt. Da sind wir doch wieder, ne? Ja. Hi. Hi, hi. Das war nicht gut. Kann man rennen? Ja. Ich muss mich noch ein wenig Schaden haben. Dann sind wir wieder mit dem Schiffchen. Können wir uns noch ein bisschen ausruhen. Dann nimm doch mal die Kugel. Ein paar gehen im Moment. Eins und zwei. Okay. Nicht noch eine. Ja, ich hätte auch das noch Tick können. Schlafen wir noch eine Runde. Zwei Stündchen. Ach. Guck mal drei Stündchen. Super. Ja. Ich nehme den Proviant mal mit, dass sie hierbleiben. Proviant. Ist da nur irgendwas? Nö, daten. schools. Ab zum Schamanen. Müssen wir mal gucken, ob wir die Brücke nochmal wieder finden. Gleich wieder rein. Lass mal zuschauen. Okay, ich habe irgendwas anderes eingesetzt. Krass. Irgendwann komme ich ja rüber. Da war ich jetzt gerade. Ganz viel Obsidian. Wollen wir noch irgendwas mit Obsidian? Ich könnte meinen Dings hier reparieren. Denen nehme ich mal mit. Alle? Wollen wir mal weg? Noch ins Kupfer. Läuft auch noch weg, die feige Sau. Ja. Hallo. Dankeschön. Ein Stück wieder bekommen. Mein letzter? Wieder gefunden? Sechster Stopp. Hier redet keiner. Wo ich das Kupfer mitnehmen kann. Schön freischneiden. Hier liegt nichts, ne? Nicht das Glück, dass sie... Hier. Ich kann ihn mitnehmen. Cool. Das war jetzt der letzte hier unten. Das heißt, ich kann mich jetzt gemütlich umgucken. Noch lang. Schön erstmal alles wegschneiden. Da war ich gerade nicht. Einfach hoch. Dankeschön, Spiel. Da ist aber auch noch was. Auf der Spitze. Ah. Ah. Da hab ich gem... Oh fuck. Holy smokes. Okay. Dumm, glaub ich. Raus nehmen? Nein. Kann ich mir das noch nicht mal angucken? Alles klar. Ich glaub ich komm jetzt da und lass das Zeug sein. Hätte auch so rangekommen. Jetzt geh doch hoch! Jetzt. Könnt ihr das mal bitte weniger Buggy machen? Danke. Darunter? Äh, ne? Doch. Nur zeitweise. Okay. Können wir hier nochmal... nochmal gucken. Ganz oben. Jetzt geh doch da hoch, du... Vollhockey. Und immer einmal noch. Sehr schön. Das ist einfach nur hier, ob die Pfütze hier. Alles klar. Können wir uns den Mechanismus nochmal angucken? Nur damit wir es nochmal gesehen haben. Vielleicht lässt er mich ja dann in Ruhe? Dann können wir uns doch nicht. Cool, ich weiß auch jetzt auf jeden Fall, wo ich hergekommen bin. weh, wie auch noch nicht. Das ist auch schon bei uns. Dann muss ich gar nicht mehr auf dich machen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich bin klagen, bis das wieder runter ist. Geh doch hoch! Ich bin jetzt hoffentlich wieder hier weg. Guck mal, hier weg. Guck mal, gerade ist definitiv nicht lang. Gut, ich hab alles, ich hab alles. Dann mit so einem Beu hier vorbei. Die Brücke weg, wenn hier nur einmal hinkommt. Dann neu. Sollte ich eigentlich eine Möglichkeit haben mit dem Zug. Hier können wir auch relativ okay wieder hin für Kupfer. Die Insel haben wir jetzt komplett entdeckt, ne? Haben wir ja alles. Drei interessante Orte. Noch gut, Schwefelinsel. Und eine Karte der Einheimischen. Guck mal, du komischer Typ. Kannst du jetzt reden? Mensch, ist wieder da. Du bist Raubenmensch, Brudy. Okay. Okay. Okay, wer bist du? Was? Herr Völdiger. Herr Völdiger. Herr Völdiger. So. Herr Völdiger. Neues Ziel, Gift. Gut. Neues Ziel, giftiger Frosch. Das haben wir schon eigentlich. Besser zu zeigen als zu reden. Du bringst mir Tokenfrosch aus. Sumpf, ich mach Gift. Frosche du finden auf Gelbe Insel. Alles klar. Muss ich den vorher trocknen? Okay. Die Nebelinsel haben wir auch noch gar nicht fertig. Wir haben den noch nicht gefunden. Und unser Nebenquest. Den Rest haben wir. Erst zurück zum Schiff. Wird gerade dunkel. Dann gehen wir jetzt in den Sumpfhänden. In die andere Insel. Und holen ihm einen Frosch. Das wäre jetzt unsere Aufgabe. Mehr sind einmal rum. Hinten rum glaube ich. Einmal hinten rum. Mit Kartografie und 2 haben wir noch. Vielleicht finden wir auch den Doktor in der Zeit. Mal schön hier rum. Und dann hier zu der anderen Insel. Und von der Seite. Und mal hier rein. Das ist sowieso die Seite, die wir reinkommen. Erster Eingang packen wir uns direkt hin. Die Kaimane sind ein bisschen fies. Die Puma sind easy. Ist ja auch nur ein Puma, der da ist. Ja. Und sie easy hier den Kaiman töten. Nimmst die Puma drücken mit. Gehst du hier hoch. Und sie haben bestimmt nicht abbauen können. So. Hello. Wir wollen hier gerne anlanden. den Weg reingibt. Ja. Ja, dann geht auch. Eigentlich gerne. Laufen, bis es mit, also bis es Tag ist, jeder. Hoch fahrt noch so, weil die Platzen wahrscheinlich gewachsen sind. Okay, noch mal eine Stunde warten. Nur noch ein bisschen zu dunkel. Ja, natürlich. Hey, hey, hallo, 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 hallo. Nicht weg, dann bitte. Ansonsten. In der Wand. Gut. Frühstücken, genau, womit. So, ist hier wieder Sprengbasenzeit? Nee. Kommt man nur hinten rum raus. Äh, okay. Heißt, man kommt hier irgendwo zum Kuhn? Oder aus, links. Ich kann schon mal. Und nicht schneller wieder. Ich lebe nur 15 Tage. Und so viele wieder kommen schon mal. Einfach ich von 15 Tagen das letzte Mal. Ich lasse mal ein Essen. Guck mal, hier ist der vierte. Auf müssen wir nicht mehr. Können wir aber mal. Ich höre noch ein paar Kalmar, natürlich. Nur in der Zeit. Da steht der Pisser, der hier drüben ist. Ich hoffe, er hat jetzt einfach geschlafen. So. Zwei Stunden. Erstmal laden. Cool. Okay, das reicht mir noch nicht. Nochmal zwei Stunden. Immer noch nicht. Nochmal zwei Stunden. Drei Stunden immer noch nicht. Immer noch nicht. Alter. Leute, wir haben es verstanden. Jetzt noch eine Stunde. Vielleicht noch zwei, drei. Hier ist es einfach so. Gut. Dann einmal zack. Zimmertrank, um keinster Ausdruck. Zack. Frühstück noch. Hier. Beladung. Ein Froschi. Ich sehe mich. Alle wieder Result. Ich brauche mal drei Augen die Scheiße dazu nehmen. Nächste. Wow, du Hurensohn. Gut, ist mein vierten zurück? Nein. Dieb. Ich brauche Malaria. Ich habe das Ding weggelegt. Egal, dann kriege ich jetzt Malaria. Ich meine, sterben die heute mal geflüstert. Rein kriegen wir unsere Bolzen nicht mehr richtig. Sehr schön. Einen Bruder. Einen Bruder. Einen Bruder. Einen Bruder. Wie sieht es hier aus? Für uns rum bis auf rechts sind alle tot. Immer noch. Sehr viele Schlangen hier. Nehme ich. Nehm ich. Nehm ich. Das nehme ich. Ne paar Bananen. Die nehme ich auch noch. Die auch. Nehmen wir uns nämlich einmal satt essen. Oh. Was die nämlich auch noch mit? Besser, man hat welche dabei. Wow. Fakten habe ich nicht gesehen. Nehmen Bruder habe ich nicht gesehen. Da ist noch einer von denen. Da ist noch einer von denen. Laut. So schlimm. Da läuft noch einer. Ich erinnere mich so. Verkriegen habe ich es auch verknüpfen. Oh. 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 Was war denn? Oh, noch einen Puma. Nichts sehe, weil er wahrscheinlich geradeaus im Wasser ist. Hier rüber. Du kannst gerne hier hinkommen. Hier, ne? Denn. Kannst du hier ruhig wieder gehen, dann. Unter Bäumestellen bringt es mir nichts, ist aber egal. Das heißt, wir können jetzt hier hinten rum. Hier hinten rum. Räumchen. Ich gucke ihn, da Spuren lang. Räumchen, Koko. Ist der Räumchen von Koko von uns weg? Okay. Okay. Räumchen. Cool. Dann wäre ich schon umsonst hingelaufen. Ich würde mal gucken, ob ich irgendwie den Zugang hier fertig machen kann. Aber das gucken wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Ciao.